Moin Moin und willkommen zur 17. Ausgabe von Topsies 180. Ich fasse wieder die News der letzten Tage in ca. 180 Sekunden zusammen und am Ende gibt es wieder einen kurzen Tipp der Woche von mir. Okay, los geht's nach dem Intro. Apple April Event. Es gab neben dem neuen iPhone 12 in Lila auch die lang erwarteten AirTags jetzt endlich. Diese kosten 35 Euro Stück oder wenn ihr vier Stück kauft 120 Euro und helfen euch eure Sachen wieder zu finden oder auch andere Leute vielleicht zu tracken, die kein iPhone haben? Datenschutz ist noch ein bisschen unsicher. Die AirTags funktionieren allerdings erst richtig gut, wenn man mindestens ein iPhone 11 besitzt. Dann wurde noch das neue iPad Pro auf Basis des M1 Chips vorgestellt. Da im iPad ja schon immer eine ähnliche CPU werkelte, ist der Leistungszuwachs hier allerdings nur bei etwa 50 Prozent zu sehen. Das 11 Zoll Pro kostet ab 850 und das 12,9 Zoll ab 1200 Euro. Nur das größere iPad Pro hat übrigens ein neues überarbeitetes XDR Display spendiert bekommen. Es gab ebenfalls ein neues Apple TV, bei dem die Fernbedienung überarbeitet wurde, da die alte wirklich echt blöde zu bedienen ist meiner Meinung nach. Und der Prozessor wurde natürlich auch wieder schneller. Des Weiteren gibt es ein neues Feature, bei dem man die Farben mit dem iPhone ausmessen kann und sich so die Farben automatisch richtig einstellen. Die Hintergrundbeleuchtung und so weiter kann da natürlich nicht durch verändert werden. Deshalb bin ich mal ein bisschen skeptisch, was das betrifft. Das Highlight war aber dann doch wohl die Vorstellung der neuen bunten iMacs, die rund um den M1 Chip gebastelt wurden. Diese sind nun flach wie ein Tablet, haben allerdings immer noch die recht breiten Ränder und unten zusätzlich das Kinn, auf dem auch kein Apple Logo mehr drauf ist. Toll aussehen tun die zwar, also vor allem von der Seite und von hinten. Erweiterbar ist aber hier jetzt gar nichts mehr und man muss auch schon mindestens 1700 Euro ausgeben, um zumindest vier USB-C Schnittstellen zu haben und ein LAN Kabel anstöpseln zu können. Softwareseitig wurde dann noch erwähnt, dass die Podcast App nun überarbeitet wurde und es in Zukunft auch eine Bezahlmöglichkeit hier geben wird. Insgesamt hat das Event allerdings keinesfalls enttäuscht. Die Präsentation von Apple war wie immer große Klasse, Mission Impossible sage ich nur. Da können sich wirklich alle anderen eine Scheibe von abschneiden. By the way, hatte Tim Cook schon immer so eine Arme? Also am Anfang ist mir das sofort aufgefallen. Guckt selber mal und schreibt es mir gerne in die Kommentare. Mars. Der Mars-Helikopter Ingenuity hat erfolgreich seine ersten beiden Flüge absolviert. Einmal drei Meter und einmal fünf Meter hoch nur. Was ist da so besonders dran? Nun, die Mars-Atmosphäre beträgt nur etwa ein Prozent unserer Erdatmosphäre auf Null Niveau. Deshalb sind die Rotoren überdimensioniert und drehen auch mit 2400 Umdrehungen, damit er überhaupt ein bisschen Auftrieb kommt. Durch die hohlen Drehzahlen kann Ingenuity dann allerdings auch immer nur für kurze Zeit fliegen und das auch nicht so hoch. Auch das MOXIE-Experiment, ich hatte schon mal kurz darüber berichtet, hat nun erfolgreich Sauerstoff aus der Mars-Atmosphäre gewinnen können. Und nun zum Mond. SpaceX hat den alleinigen Zuschlag für den Lunaländer bekommen. Hierzu gibt es drei Milliarden von der NASA. Die anderen beiden letztendlich verbliebenen Konkurrenten, wie zum Beispiel auch Jeff Bezos, sind rausgeflogen. Die geplante Version von SpaceX kann dann allerdings nur auf dem Mond landen und nicht wieder starten oder geschweige denn in die Erdatmosphäre eintreten. Das senkt natürlich immens die Kosten. Die Raumfahrer müssen dann auf einem anderen Weg wieder zurückkehren. Tipp der Woche. Last one laughing oder auch kurz Lull. In dieser von Bully Herbig geleiteten Show sind prominente Komiker Big Brother-like eingesperrt und dürfen nicht lachen. Andernfalls verlieren sie eins ihrer zwei Leben und fliegen dann nachher raus. Das klingt jetzt ein bisschen albern und ist es auch. Wollte es mir auch erst gar nicht angucken, aber dann habe ich da reingeschaut und das ist echt lustig. Ich habe es nicht bereut. Also guckt es euch mal an. Das ist eine Kurzserie mit sechs Teilen, a 30 Minuten und die gibt es bei Amazon Prime. Wenn euch das Video gefallen hat, liken und abonnieren. Nicht vergessen, das ist mein Lohn, wie ich immer sage und hoffentlich bis zur nächsten Woche. Bye, bye.